Was bezieht so aus und nicht auf seine Frau? Wer ist ein besser Wisser und ein Name und Land und Mann? Wer verhandelt über Frieden und macht die neue Waffe an? Wer ist der Mann? Ja, ja, der Mann. Wer ist der Mann? Wer ist der Mann? Ja, ja, der Mann. Das ist nun mal die Wahrheit. Wer ist der Fehler im System? Der Mann ist das Problem. Wer ist der Mann? 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 Das war's für heute.